Woche 20 Stiller Geist Der Geist funktioniert in assoziativen Gedankensprüngen, die aus den kleinsten Dingen schon wieder Geschichten produzieren. Im Zen sagt man, ein rotes Kissen steht nicht für Leidenschaft und eine Maus, die rein und raus rennt, symbolisiert nicht den diskursiven Geist. Ein rotes Kissen ist ein rotes Kissen und eine unruhige kleine Maus ist einfach eine unruhige kleine Maus. In der Distanzierung des Geistes von den Interpretationsmöglichkeiten des rohen Geschehens verschwinden glücklich und traurig, erfolgreich und missraten, geliebt und zurückgewiesen, wie die Spur des Vogels am Himmel. Die Annahme der gegebenen Umstände, wie sie sind, schenkt einem augenblicklichen Frieden. Es ist aber nicht ein statischer Friede, der unterwürfig vorschnell vor der Umwelt resigniert und tief drin noch immer mit ihr kämpft. Es ist ein kreativer Friede, welcher aus einer tiefen inneren Stille heraus das Unrecht nicht toleriert, aber sich nicht von ihm besetzen lässt. Daraus entsteht eine gelassene Bemühung, die sich nicht an persönlichen Gewinn orientiert. Man lebt außerhalb des Gefängnisses des Geistes, welches sich durch Ablehnung und Anziehung, das heißt durch die Orientierung der Aufmerksamkeit an vergänglichen Dingen, erst selber geschaffen hatte. Der Tourist ist interessiert, wie es da draußen denn aussieht. Seine Aufmerksamkeit ist nicht im Innersten verankert. Diese Erlebnissucht in der materiellen Welt lässt ihn die Zeugenschaft als distanzierter Erleber von Dingen vergessen. So nährt er sich vom Geschehen, von dem, was ihm die Außenwelt gerade auftischt. Der Pilger hingegen fühlt sich als Hindurchwanderer, dessen primäres Interesse nicht den Moment Zuständen gilt. Er wandert einfach durch Wüsten, in denen nicht ein kleines Pflänzchen mehr wächst. Und dann mag auch plötzlich wieder üppige Vegetation auftauchen. Ihm geht es nur um die innerste Gewahrwerdung, welche diese vorbeiziehenden Filmbilder einfach nur still wahrnimmt. Darin bleibt man unberührt von den wandelnden Bilderwelten. Freiheit von Leiden bedeutet die innere Distanz von der Besessenheit der Traumgeschichten, welche der Geist ständig produziert und sie als die eigene Identität präsentiert. Darin existiert die ständige unzufriedene Geschichte. Eigentlich ist es nur ein eingeschränktes Selbstgefühl. Nichts braucht dem hinzugefügt werden, was man selber ist. Da existiert eine Vollständigkeit, die sich nicht mehr aufzufüllen braucht, nicht einmal von Gott. Reine Liebe ist nicht mehr bedürftige Auffüllung, sondern ist immer Begegnung auf Augenhöhe. Man mag nun vieles tun in dieser Welt, aber hinter diesem Bemühen steckt nicht mehr die gähnende Leere, die aufgefüllt werden will. Das entspannt jede Tätigkeit und der Druck, in ihr etwas zu erreichen, um dieses wackelige Selbstgefühl zu stabilisieren, entfällt. Es ist wesentlich, den Quell innerer Rastlosigkeit zu finden, weil der Zustand der Ruhelosigkeit des geistigen Gezappels kein erkenntnisfähiger Zustand ist. Der Grund ist nicht einfach nur die Zerstreutheit in die äußere Welt hinein, sondern die Umgehung der Wesensnatur einer jeden Seele. Der unruhige Geist verbirgt das riesige ungenutzte Erkenntnispotenzial des Menschen. Wenn man in wachen Momenten beginnt, die angenommene Verknüpfung der Wertungen des Geistes mit dem objektiven Geschehen zu lösen, wird der Geist still. Und ein natürlicher Fall in die Tiefe seiner Selbst darf dann einsetzen.